Hey Leute, gerade klingelte es an meiner Tür. Ich lag im Bett und hab gechillt und hab mich gerade motiviert aufzustehen. Und da war dann der Postbote und hat gefragt, ob ich für die Firma gegenüber von mir das Büro dort ein Paket annehmen würde. Und ja, meine Wohnung ist ja nicht gerade groß. Und jetzt steht hier bei mir so ein schönes Paket. Ich nur so, mal schauen, ob ich plan... also mal gucken, ob es reinpasst. Also ja, das passt rein, aber es ist halt... keine Ahnung, es ist halt voll klobig. Und ich hoffe, die holen das bald wieder ab. Weil... hallo? Was will ich denn damit?